Wir haben heute ein Unboxing wieder für euch und zwar ein 1, 2, 3-fache Unboxing. Einmal von Lookout Spiele das Mandala für zwei Personen. Dann als nächstes vom Schmidtspieler Verlag das Mystery House für 1-5 Spieler. Und einmal von Moses Verlag Sebastian Fitzex Safe House das Würfelspiel für 1-4 Spieler. Ja, dann lass uns mal gemeinsam auspacken. Was ist wohl da drin? Schauen wir mal. Ich bin schon gespannt. Ich auch. Dann fangen wir mal mit dem ersten Paket an. Ja, bin schon gespannt. Dann leg mal los. Ja, ich schneide und du packst aus. Oder wie war das? Das soll ja auf jeden Fall ein kooperatives Frauen-Weid sein. Na, geht's auf. Ach so, das klappt mal so auf wie so eine Schachtel. Aha, das ist da. Legt eure Würfel ab. Okay. Der Würfelblock. Der ist aber... Hier ist dick. Der ist dick. Das ist ja ein richtiges Buch, ist das ja. Hier haben wir verschiedene Würfel. Aha. Ja, jeweils zwei Stück. Das Mandekin ersetzt die 6. Ist das überall die 6? Keine Ahnung. Voll nicht. Ja. Da sind überall Mandekin drauf. Ja, haben alle Würfel mit Mandekin. Und was haben wir hier? Ja, das sind die Bücher. Also die Papier kriegt jeder Spieler eben halt einen Zettel. Und dann sind das immer verschiedene. Genau, weil jeder Spieler einen anderen Zettel braucht. Und man gewinnt gemeinsam oder verliert gemeinsam. Okay. Und ansonsten, was haben wir noch hier? Wir haben einmal die Spielanleitung. Mhm. Und dann haben wir hier noch natürlich die Werbung für das Safe House, das Brettspiel. Ja, das können wir ja auch noch nicht. Das sieht aber auch ganz nett aus. Mhm. Gut. Ja, mehr ist hier auch erstmal gar nicht drin. Ich bin gespannt, wie sich das spielen lässt. Ja, ich auch. Die werden natürlich darüber berichten. Ja, da haben wir jetzt das zweite Spiel, das Mandala für zwei Spiele. Mhm, dann guck mal, was da drin ist. Genau. Du bist ja, glaube ich, immer so ein Freund von diesen abstrakten Spielen. Genau, ich mag abstrakte Spiele. Ich mag ja auch abstrakte Kunst. Passt ja schön. Und dann schauen wir mal, so sieht es von der Seite aus. Und einmal aufmachen. Schauen wir mal, erstmal Werbung. Mhm. Kein Werbeheftchen. Da haben wir die Spielanleitung. Eins, zwei, fünf Seiten. Sieht aber noch überschaubar aus. Ja. Sieht überschaubar aus. Da bin ich jetzt gespannt drauf gleich. Der Spielplan, der ist nämlich aus Stoff, so ich das gehört habe. Den kann man nämlich auch aufhängen. Da möchtest du dich aufmachen. Mhm. Ich gucke mal, ja, das ist irgendwie so eine Spielmatte. Ja, drauf gespielt. Ja, das ist ja wie so ein Teppich, ist das, ne? Ein richtiger, ich denke, das habe ich die Kamera viel zu niedrig, so sieht man gar nicht. Das Ganze, also, das hier seht ihr, das ist so ein Spielteppich. Da kann man dann die Karten ablegen. Und der ist auch gar nicht klein, ne? Nö. Und du hast, glaube ich, sogar habe ich gehört, Schlaufen zum Aufhängen, falls man es aufhängen wollte. Mhm. Ja, wie so ein Handtuch halt, ne? Ja, schauen wir mal, was haben wir hier? Das sind dann die Karten. Das sind die Karten, die ist mal schneller auf als ich. Rückseite sieht schön bunt aus. Ja, und dann haben wir die verschiedenen Farben mit dem Mandala. Sieht erst mal ganz hübsch aus. Sind die gleichen? Ne, das sind verschiedene Farben. Rückseite. Ja, nee, das sind die Vorderseiten. Okay, das sind die Vorderseiten. Und die Rückseiten, das sind das. Mäh ist für Mandala auch erst mal nicht drin. Mal schauen, wie sich das spielen lässt. Räumen wir es wieder ein und dann schauen wir beim nächsten weiter. Ja, da haben wir jetzt das Mystery House. Da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Ja, ich auch. Dann schauen wir mal, wie das Spiel aussieht. Man hat ja schon hier und da was davon gehört, von dem Spiel. Interessiert sind wir auf jeden Fall, wie das funktioniert. Wir haben so ein Spiel noch gar nicht gespielt. Schauen wir mal. Achso, erst mal gucken, wie macht man es auf? Moment, hier. Kindersicherung oder was hier? Nee, wie kriege ich das denn? Doch, schon richtig. Kommst du da rein? Kriegst du da drauf? Ah, meinen kleinen Händen. So sieht das aus. Und jetzt schieben wir uns da draus, ne? Wo, da? Du musst wahrscheinlich die andere Seite auch noch aufmachen, dann von hinten nach vorne durchschieben, wahrscheinlich. Oder sowas, kann das sein? Achso. Das ist nämlich schon der Grundkasten. Ja, hier ist Zeugs drin. Ah, hier. Schau mal, dann müssen wir den Deckel abnehmen. Und hier haben wir dann, die können da gleich in Müll, Herr, der Herr des Labyrinths. Eins der beiden Abenteuer, die mitgeliefert sind. Genau. Schwierigkeiten, drei Tompeln. Das ist wahrscheinlich der Platzhalter. Ist ja nur ein Platzhalter, ich weiß nicht. Ich gucke mal rein. Guckt auch, ach, kann man da auch schon rein gucken? Dann haben wir hier Mystery House. Ein spannendes Abenteuer, und zwar das Familienporträt. Ist sogar durchmult mit Römisch 1, scheint so das erste zu sein. Hat vier Pömpel als Schwierigkeitsgrad. Mhm. Da sind die Spielregeln. Sieben Seiten Spielregeln. Das ist ja auch überschaubar. Sieht jetzt auch nicht so schwierig aus, vom Aufbau her. Ja, wenn man mal kurz hier einmal die Kamera schon aufklappen. Hier sind die Karten drin, Raumkarten und die Spielkarten. Mehr zeigen wir euch nicht. Wir wollen ja nicht spoilern. Genau. Und dann gucken wir hier mal rein. Hier haben wir auch Karten. Und genau, die Raumteiler. Genau. Ja, also ich bin neugierig. Ich bin auch neugierig, wie das Spiel dann funktioniert. Und ja, wir sagen Tschüss, die Houses. Tanja. Thorsten. Und Ritter Enterich. Macht's gut. Das Mandala für zwei Personen von Lookout-Spiele. Das Sebastian Fitzgerald Safe House. Cut. Nochmal. Ich hab, glaube ich, auch gerade wieder... Du hast wieder Lock. 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 Lockout. Gucken. Locki, Locki. Genau. Das Lockout. Ja. Das Schau mal spielen. Ja, Locki, Locki. Dann lasst uns mal das gemeinsam jetzt auspucken. Das war so gut. Auspucken. Ja, und immer tue ich mich versprechen. Nochmal.